Ergebnisse und Außenwirkung. In der Führungsarbeit wissen Sie, dass die Außenwirkung heute ganz extrem wichtig ist. Und alles, was Sie kommunizieren, hat ein Echo. Und in dieser Folge hier werden wir jetzt auch eine Sache nochmal aufnehmen, die jetzt in den letzten Wochen mir mehrfach per Mail geschickt wurde. Leute hätten gerne Beispiele, wie man denn mit solchen Problemen umgehen kann, wenn man sie jetzt beheben möchte. Also klar, man kann in die Diskussion mit mir gehen, aber wenn die jetzt sagen, Mensch, wir haben so eine Situation in der Firma, könnte ich Beispiele nennen, was ich in der Realität schon mal gemacht habe. Und ja, kann ich und das werde ich in dieser Ausgabe auch tun. Und natürlich brauchen wir, wenn wir über Kommunikation sprechen, Realbeispiele. Jetzt habe ich hier Beispiele auch aus verschiedenen Branchen. Am Anfang werden wir also ein paar mehr Beispiele haben, bevor wir uns dann anschauen, was ist die eigentliche Problemstellung, die dahinter steckt. Und dann schauen wir uns an, wie geht es besser. Was ist also zuletzt passiert, um mal Außenwirkung zu thematisieren? Philipp Lahm hat sein Buch veröffentlicht. Das ist ja bei Fußballern nicht unüblich. Nach Karriereende wird irgendwann ein Buch, so eine Art Memoiren veröffentlicht. Und daran sagt Philipp Lahm, dass er Fußballer nicht redet, sich zu outen, wenn sie homosexuell sind. Denn das ist dann im Endeffekt doch mit vielen Problemen behaftet. Und daher redet er den Leuten, also sich nicht zu outen. Das hat natürlich eine Außenwirkung gehabt. Ich meine, die Aussage an sich zu sagen, stehen sie halt lieber nicht zu dem, wer sie sind, weil da halt viele Intolerante draußen sind. Die Aussage ist schon mal eine echte Hausnummer. Wir können aber auch andere Beispiele nehmen, die nicht ins Privatleben von Personen reingehen, sondern sich um den zum Beispiel geschäftlichen Betrieb handelt. Hier auch wieder ein Beispiel. Ich werde nachher noch andere Branchen nehmen. Ein Beispiel aus dem Sport. Hansi Flick, der Trainer des FC Bayern, kritisiert den Experten Lauterbach, den Epidemiologen, der in der Politik heute tätig ist, Lauterbach, über seine Aussagen im Hinblick auf Lockdown und wann man wieder öffnen kann. Also zur Info als Hintergrund, das hatte ich erst in der, glaube ich, letzten oder vorletzten Woche thematisiert. Der FC Bayern ist der Verein, der sich tierisch darüber aufgeregt hat, dass sie eine Nacht im Erste-Klasse-Figa verbringen mussten, weil sie eine Starterlaubnis zu spät eingeholt haben. Und dann nach Dubai geflogen sind. Einen absoluten Covid-19-Corona-Hotspot, um da bei einem völlig unwichtigen und unbekannten Wettbewerb, nämlich der Club-WM gegen Al-Ali zu spielen. Die meisten Leute könnten mir nicht mal sagen, wo Al-Ali überhaupt herkommt, geschweige denn, dass es diesen Club-Wettbewerb gibt. Und da es dann einen Corona-Fall gab, völlig überraschend, man fliegt nach Dubai in den Corona-Hotspot. Danach gibt es einen Corona-Verdachtsfall. Wer hätte das gedacht? Wurde dann Thomas Müller von der Mannschaft separiert, das ist ja auch sinnvoll, und mit dem Privatjet zurückgeflogen nach München. Das hier winnt auch jetzt wirklich den Preis dann für die nachhaltigste und grünste Initiative. Also Jena, Hansi Flick, der Trainer des FC Bayern, hat dann sich dort eingelassen. Neben der Tatsache, dass das rhetorisch ein Debakel war, was er dort geliefert hat, hat er unter anderem dort gesagt, dass sich Politik und Experten zusammensetzen sollten, denn man muss mal wieder Licht im Tunnel sehen. Kennen wir all den Spruch, man muss mal wieder Licht im Tunnel sehen. Nicht mehr am Ende des Tunnels, das war früher, heute möchten wir Licht im Tunnel sehen. Hat ja auch Vorteile. Und dann kritisiert Flick, dass ja in der Politik jeder nur im Wahljahr Profit daraus schlagen möchte, dass ja gerade Lockdown ist. Während bisher die einzigen, die daraus Profit geschlagen haben, der FC Bayern sind mit der PR, die sie bekommen haben. Das Ganze geht aber noch weiter. Es wurde unter anderem auch kommuniziert, dass Spiele auf Teufel komm raus durchgeführt werden müssen. Zum Beispiel das Spiel Leipzig gegen Liverpool, eine deutsche gegen eine englische Mannschaft, wurde in Budapest durchgeführt. Man fliegt also zwei Mannschaften ganz woanders hin, immer je nachdem, wo die Corona-Regeln gerade so sind, dass man ein Fußballspiel durchführen kann. Das Spiel Hoffenheim, eine deutsche Mannschaft gegen Molde FK, findet, also Molde FK kommt aus Norwegen, findet in Valencia, in Spanien statt. Und jetzt könnte man natürlich bis hierhin immer noch sagen, Brabant hör auf Fußballbeispiele zu bringen, denn du weißt doch, wie Fußballer sind. Und erstmal A, stimmt das nicht. B, ist das heute deutlich komplexer geworden. Sie müssen heute gerade, wenn sie im Profisport bestehen wollen, auch wirklich Taktik verstehen. Und zum anderen gibt es eben auch Beispiele, die gut sind. Denn zum Beispiel Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, der wurde halt in England gefragt, was er denn zu Corona und Lockdown meinte. Und er hat gesagt, dass der Journalist doch bitte mal Experten fragen sollte und er überhaupt nicht sieht, warum jetzt Fußballtrainer hier irgendeine relevante Meinung haben sollten, weil Fußballtrainer darüber überhaupt keine Ahnung haben. Also Jürgen Klopp hat wörtlich gesagt, ich bin nur ein Trainer mit einer Cap auf und einer schlechten Rasur. Das sind seine eigenen Worte. Das ist also nichts, das ich über Jürgen Klopp sage. Das sagte er über sich selbst. Also es gibt auch Menschen, die scheinen die Situation verstanden zu haben. Unter anderem übrigens auch der Verein des FC St. Pauli, der nach der Aussage von Philipp Lahm, der Spieler sich bitte nicht outen sollte, ganz offen kommunizierte. Der Verein des FC St. Pauli. Und wissen Sie, ich bin selber Fan des Hamburger Sportvereins, damit natürlich leiden gewöhnt. Und daher natürlich kommt es eher selten vor, dass ich den FC St. Pauli lobe, naturgemäß im Konkurrenzdenken zweier Fußballvereine im selben Ort. Der FC St. Pauli hat völlig richtig und vorbildlich gesagt, dass der FC St. Pauli Heimat für Liebende aller Couleur und aus aller Herren Länder ist und bleibt. So geht PR. Es gibt aber noch viel mehr, was kommuniziert wurde. Und jetzt gehen wir in das Milliardengeschäft der IT zum Beispiel. Bei einem Spiel Splatoon hat die Firma Nintendo gesagt, dass man dort ab jetzt nicht mehr auswählen kann, ob der Charakter männlich oder weiblich ist. Es gibt nur noch sogenannte Styles. Also wie die aussehen, welche Farben die haben, welche Kleidung die tragen, aber das Geschlecht männlich-weiblich, das wurde einfach rausgenommen. Komischerweise, merkwürdig, merkwürdig, sind genau die Leute, die ansonsten sich am meisten über sowas aufregen, wenn es ums Geschäft geht, nämlich IT und Spielabsatz, da komischerweise ganz ruhig geblieben. Wie merkwürdig, nicht wahr? Und das Ganze geht mittlerweile auch in die Wissenschaft, die konservative Partei, die Tories, die Conservatives in Großbritannien, die ja nun gegen die sogenannte Woke-Culture, wer jetzt nicht weiß, was Woke ist, also erstens, eigentlich sollten sie das wissen, wenn sie in einer Führungsposition sind. Woke bedeutet, dass sie eine Kultur haben, die sehr viel im Bereich der sozialen und rassenbedingten Ungerechtigkeiten entsprechend Aufmerksamkeit hat und dort für Gerechtigkeit sorgen möchte. Woke-Culture wird vor allen Dingen von Menschen, die politisch rechts stehen, als Schimpfwort verwendet. Und mittlerweile hat man das wissenschaftlich untersucht und der Yale-Professor Jason Stanley publizierte dazu eine Studie, die wurde unter anderem London Economic veröffentlicht. Also ich rede hier nicht über Revolverblätter, das sind hochangesehene Universitäten mit hochangesehenen Persönlichkeiten aus der Wissenschaft, in Magazinen, die veröffentlichen, die vorher genau prüfen, was dort veröffentlicht wird. Und da wurde eben klar und wissenschaftlich belegt, dass der Kampf gegen die Woke-Culture ein Teil von faschistischen Zügen hat. Das müssen sie sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, mit wem da sich einige Geschäftsleute jetzt gemein gemacht haben. Zwei letzte Beispiele. Ted Cruz fliegt, einige haben ja gehört, Ted Cruz ist der Senator aus Texas und da ist ja der Strom ausgefallen in einem großflächigen Bereich, dass Millionen von Menschen in Texas keinen Zugang mehr hatten, unter anderem zu sauberem Wasser, weil die Reinigungseinheiten alle ausgefallen sind, aber vor allen Dingen eben auch nicht zu Strom. Ted Cruz fliegt dann nach Cancun, nach Mexiko und wenn das nicht schäbig genug wäre, die eigenen Leute im Stich zu lassen, fliegt er am nächsten Tag zurück, natürlich erst nachdem es rausgekommen ist, sagt, er wollte ohnehin nur kurz fliegen. Klar, das macht man ja immer mal, einfach mal für einen Tag nach Cancun fliegen, kennt jeder. Und er hat dann gesagt, dass seine deutlich jüngeren Kinder, die sind glaube ich zwölf Jahre alt, zehn und zwölf, soweit ich weiß, dass seine deutlich jüngeren Kinder, die wollten nach Cancun dort ihre Freunde sehen. Also abgesehen davon, dass man über solche Eintagestrips streiten kann und abgesehen davon, dass niemand so kurz nach Cancun fliegt, um eben mal Freunde zu treffen, neben dem CO2-Abdruck und den Umweltschutzaspekten, was Herrn Cruz wahrscheinlich alles vollkommen egal ist, er dann unter anderem sagte, es seien Windräder eingefroren, bis Norwegen und Finnland in der Antarktis ihre Windräder gezeigt haben und es einfach gezeigt haben, die funktionieren bei uns gut, also daran kann es nicht gelegen haben. Hat er halt bis heute keinerlei Entschuldigung angenommen und das, obwohl er fotografiert wurde auf dem Weg zum Flughafen, im Flughafen mit einem Reisekoffer, wo also auch entsprechend von der Größe her klar war, dass es kein Eintagestrip. Also auch hier wieder Kommunikation und Außenwirken. Und jetzt werden einige immer sagen, haben wir denn nichts Besseres zu tun, als jedes Wort auf die Goldwaage zu legen? Und immer, wenn Leute sagen, haben wir nichts Besseres zu tun, das sind immer dann Punkte, wo man mal genau hingucken sollte. Denn das klingt ja danach, dass die Menschen sagen, wir kümmern uns besonders um die wichtigen Aspekte im Leben. Da gebe ich noch einfach mal ein Beispiel. Gehen wir einfach eine Woche zurück, ist nicht lange her. Was war am 14. Februar? Genau, Valentinstag. Jetzt werden einige sagen, wie unter anderem ich auch. Begehe ich nicht, ist für mich nicht relevant, kein wichtiger Tag. Dennoch wusste ich natürlich, weil es einfach multimedial dauerbeschallt wurde, dass Valentinstag ist. So. Und jetzt kann man ja sagen, haben wir denn nichts Besseres zu tun? Dann kann man sagen, doch haben wir. Ja, zum Beispiel am 15. Februar, da war was Wichtiges. So. Und wenn Sie jetzt da sitzen und sich denken, ja, am 15. war doch Montag, oder? Was war denn am 15. Februar? Naja, Sie sagen doch immer, wir haben Wichtigeres zu tun, dann sollten Sie das doch wissen. Ah, jetzt denken Sie einige, es kommt brabant mit irgendwas, was man sowieso nicht wissen muss am 15. Februar. Also, welche Winzigkeit ist es denn brabant? So, wenn Sie jetzt sagen, am 14. Februar wussten Sie, dass Valentinstag war. Und Sie fragen sich, haben wir denn nichts Besseres zu tun? Die typische Frage, die von Leuten kommt, die argumentativ nichts zu bieten haben. Ja, was war denn am 15. Februar? Weltkinderkrebstag war am 15. Februar. Nicht wichtig? Oder war es Ihnen einfach egal? Oder kommen Sie jetzt an mit, wusste ich nicht? Naja, also Punkt eins, Sie jetzt wissen Sie es, jetzt haben Sie ja was gelernt. Spannend ist, wenn Sie vorher ankommen, mit haben wir denn nichts Besseres zu tun? Warum haben Sie denn vorher bei anderen Dingen, wie zum Beispiel der Genderfrage, Coming Out oder Ungerechtigkeiten, Verfehlung innerhalb der Firmenstruktur, Verfehlung innerhalb von Beförderung oder Degradierung von Personen, Verfehlungen im Personalbereich? Warum haben Sie denn da nicht gesagt, ich lerne mal was? Und wir haben hier ein ganz entscheidendes Problem, nämlich Ergebnisse und Außenwirkung hängen mittlerweile wirklich unabdingbar voneinander ab. Sie werden es nicht mehr schaffen, eine Führungskultur zu etablieren, die sowas sagt wie, früher hat sich auch keiner drüber aufgeregt, haben wir denn nichts Besseres zu tun oder konzentrieren wir uns doch bitte einfach aufs Produkt. Das funktioniert nicht mehr. Wenn Ihre Führungsebene sich fehlverhält, dann hat das direkte und unmittelbare Auswirkungen auf Ihre Absatzmärkte, auf Ihren Vertrieb, auf Ihr Marketing, auf Ihre PR, auf Ihre Kommunikation, auf alles, was da draußen passiert. Und deswegen müssen wir schauen, was ist denn hier das Problem? Und wir haben da mehrere Problemstellungen. Also ein Teil des Problems, es gibt eine fehlende Reflexion der eigenen kritischen Position. Privilegien werden nämlich dann zum Problem, wenn diese nicht hinterfragt werden. Also wenn Sie halt sagen, ich bin halt da, wo ich bin, das ist ja alles angeblich durch harte Arbeit entstanden, dann gucken Sie sich doch mal an, was in den Führungsebenen los ist, wie viele Leute dort eventuell von einem privilegierten Hintergrund kommen und den muss man auch kritisch hinterfragen. Und auch selbst anerkennen, dass man für gewisse Dinge eben nichts getan hat. Wissen Sie, ich selber komme aus einem kleinen Dorf, Barmstedt, Kreis Pinneberg, wirklich keine große, keine relevante Stadt. Nichtsdestoweniger waren meine Eltern sehr hinterher, meine Mutter blieb zu Hause, mein Vater war Staatsanwalt, die waren sehr hinterher, dass Schule wichtig war. Und das ist natürlich keine Position, wo man jetzt sagen kann, ich vergleiche mich mal einfach mit einem sogenannten, mit der sogenannten sozialen Unterschicht, wo eventuell gesagt wird, von Elternteilen ist ohnehin nur noch eins vorhanden, das hat entweder vier Jobs oder gar keinen, beides ist in der einen oder anderen Art und Weise fatal, wenn es um die Entwicklung des Kindes geht. Und dann sagen wir einfach, werfen wir alle in einen Topf und sagen, ist halt so, jeder ist da, wo man halt ist. Wenn Sie Ihre Privilegien nicht kritisch hinterfragen, wird Ihre Organisation nicht zukunftsfähig sein? Aus einem ganz einfachen Grund, weil Konsumierende, die ihre Produkte abnehmen, immer kritischer werden im Hinblick darauf, dass etwas hinterfragt wird. Wenn Menschen in der x-ten Generation durch Erbe einfach in eine gewisse Position kommen, dann wird hinterfragt, ob diese Person dorthin gehört. In ganz vielen Fällen passieren genau dort die Kommunikationsfehler, weil nicht hinterfragt wurde. Ein zweiter Punkt des Problems ist die Weigerung der Änderung so lange, bis es zu spät ist. Also wenn der Schaden schon da ist, dann möchte man sich ändern. Ja, wissen Sie, dann ist es zu spät. Natürlich wird sich Herr Lahm jetzt fragen, ob es denn schlau war, zu sagen, Fußballer sollen sich nicht outen. Natürlich wird der FC Bayern sich jetzt überlegen, war es schlau, sich darüber aufzuregen, dass wir nicht um 23.57 Uhr nach Dubai fliegen konnten, sondern erst am nächsten Morgen um 9 Uhr und die Nacht im Erste-Klasse-Flieger verbringen mussten und uns darüber aufgeregt haben. Natürlich wird sich FIFA und UEFA irgendwann fragen, war es schlau, dass wir Fußballvereine quer durch die Welt geflogen haben, damit Fußballspiele stattfinden können. Natürlich werden sich irgendwann auch konservative Fragen, war es schlau, dass wir gegen eine sogenannte Woke-Culture vorgegangen sind und jetzt sehen, dass wir immer weniger junge Leute bekommen, die für uns wählen. Natürlich wird sich auch ein Ted Cruz im Nachhinein gefragt haben, war es schlau, nach Cancun zu fliegen? Und auch er, der kommt ja von einer Elite-Universität, wird wahrscheinlich zum Schluss kommen, dass es nicht so intelligent war. Und die Frage, haben wir denn nichts Besseres zu tun? Feuer dermaßen schnell in ihre eigene Richtung zurück, dass sie relativ schnell merken, dass sie sagen, das sage ich vielleicht nicht nochmal. Und genau das ist der zweite Punkt der Problemstellung, die Weigerung, sich zu verändern, bis das Problem passiert ist. Und dann ist der Schaden natürlich bereits da. Und schlimmer wird es dann nur noch, und das ist der dritte Teil der Problemstellung, eine Auferlegung von Konsequenzen, insbesondere finanzieller Art, durch Budgetkürzung oder ähnliches, wird dann, wenn der Schaden passiert ist, nicht von denen getragen, die es verursacht haben, nämlich der Führungsebene, sondern es wird auf die Gesamtstruktur umgelegt. Also sprich, alle in der Struktur da drunter müssen mit weniger Budget auskommen, es wird an Ausfahrt Weiterbildung gespart, Boni werden gestrichen, Gehaltsstrukturen werden geändert. Also kurzum, während Sie selber vorne als Führungskraft ganz oben immer sagen, ja, also Verantwortung ist total wichtig, leben Sie selber das genaue Gegenteil. Und damit geben Sie eine entsprechende Außenwirken und damit natürlich verlieren Sie die soziale Legitimation von sich als Führungskraft. Der Punkt ist jetzt immer, wenn Leute fragen, und das ist ja jetzt eine Frage gewesen, die vermehrt in den letzten Wochen per Mail kam, was ist denn jetzt der Punkt, wie könnte man denn da helfen? Und ich gebe jetzt nur ganz kurz einen Abriss in 30 Sekunden. Also ein typischer Fall ist, man könnte sogenannte Awareness-Trainings machen, Kommunikationstraining, Seminare im Bereich Konfliktmanagement. Sie können bei großen Events Vorträge, entsprechend von professionellen Rednern, ich halte sehr viel und sehr häufig Vorträge, derzeit natürlich vor allen Dingen digital. Aber das sogenannte Professional Speaking, professionelle Vortragsredende, die können Sie für große Events entsprechend dann anheuern und dann entsprechend natürlich dann davon auch entsprechend als Impuls das Ganze in Ihr Unternehmen tragen. Sie können entsprechend einzelne Personen coachen lassen. Sie können ein Mentoring-Programm aufsetzen, Menschen zu begleiten. Und Sie können durch Projekt- und Interimsmanagement das Ganze auch über längeren Zeitraum begleiten lassen. Der Punkt ist, und das sind alles Dinge, also ich rede hier nur über Dinge, die ich selber auch mache. Ich möchte hier nicht sagen, man kann im Sinne von irgendwo da draußen wird schon jemand geben. Das sind Dinge, die biete ich selber an. Also von daher können wir da gerne ins Gespräch gehen. Der Punkt ist immer, es kam eben auch Mails rein, wo gesagt wurde, zum Beispiel, wir haben eine Führungskraft bei uns und die hat eben zwei, drei aus dem eigenen Dunstkreis mit auf die Führungsebene geholt. Das kann man jetzt halt nicht mehr ändern. Das stimmt schlichtweg nicht. Also erst mal, dass die Leute sich gar nicht ändern wollen, ist einfach abstrus und grotesk und vor allen Dingen auch einfach nicht richtig. Selbst die konservativsten und starkköftigsten Menschen und hier wieder, um auch meine eigenen Vorbehalte klar nochmal offen zu legen, für die, die jetzt vielleicht diese Folge als erstes hören, ich selber komme aus dem liberal-konservativen Spektrum. Also ich bin selber politisch nicht links. Also wirklich nicht links. Und damit kenne ich die Problemstellung von diesen Menschen. Aber wenn die halt sehen, es hat Auswirkungen, natürlich traurig, wenn man sich erst dann ändert, hat, aber dass diese Leute sich nicht ändern wollen. Es wird gesagt, es bleibt halt so. Das ist natürlich so nicht richtig. Der Punkt ist, wie kann man es jetzt besser machen? Und das ist hierbei ja der entscheidende Punkt. Also wie macht man es besser? Denn wir wollen jeden Podcast nicht damit beenden, zu sagen, alles ist schlimm, schöne Woche noch, das wäre auch nicht gut. Wir möchten halt sagen, wie geht es real besser? Der erste Aspekt, der gemacht werden muss hierbei, ist professionelle Kommunikation, denn Führung muss gelernt werden. Und wenn dann gesagt wird, solche Sätze wie, ja, wir machen das immer so, eine Führungskraft arbeitet die nächste ein, dann kommt immer der Satz, wir haben damit gute Erfahrungen gemacht und das lief bisher super. Also das hat ja Professor Canning von der Hochschule Osnabrück bereits gesagt, der ja nun zu den führenden Forschenden in dem Bereich der Entwicklung der richtigen Leute gehört. Professor Canning hat ganz klar gesagt, wenn sie ihre eigene Arbeit beurteilen, werden sie natürlich sagen, dass sie gute Erfahrungen gemacht haben. Sie werden sich auch kaum hinsetzen und sagen, oh, die letzten 20 Jahre, meine Arbeit, glaube ich, war ziemlich Müll. Das werden sie kaum sagen. Deswegen, professionelle Kommunikation und Führung muss gelernt werden. Da bedarf es einer entsprechenden externen Begleitung. Punkt Nummer zwei, wie es besser gemacht werden muss. Der Generationenübergang macht das Befassen mit der sogenannten Woke Culture und auch sowas wie Popkultur obligatorisch. Also das heißt verpflichtend. Sie können halt nicht sagen, das passt nicht zu uns und ignorieren es einfach. Dann werden sie einen Aderlass an Talenten haben und sie werden so viel am Markt verpassen, dass ihre Organisation überhaupt nicht mehr zukunftsfähig ist. Es gibt mittlerweile genug Menschen da draußen, die bei nicht diversen Firmen gar nicht mehr kaufen. Die bei Firmen, wenn solche Kommunikationsfehler passieren, einfach sagen, da machen wir nichts mehr mit. Wir möchten mit diesen Menschen nichts zu tun haben. Der Generationenübergang macht das Befassen mit modernen Aspekten einer diversifizierten Gesellschaft absolut zwingend erforderlich. Und es gibt ja jetzt zwei Wege. Sie können sich damit befassen, entweder wenn der Schaden passiert ist, dann werden sie neben einem jahrelangen Lernprozess noch eine sechs-, eher siebenstellige Summe für die Behebung der kommunikativen Schäden entsprechend ausgeben müssen. Oder sie können das Ganze so gestalten, dass sie proaktiv darauf zugehen, was übrigens die meisten Firmen auch machen und große Konzerne mittlerweile auch. Noch nicht genug, aber sie tun ist. Und das ist etwas, was extrem wichtig ist, wenn sie halt sagen wollen, wir möchten nicht durch Schmerzen lernen, indem wir halt es öffentlich falsch machen und dafür dann irgendwo an die Wand gestellt werden. Wir möchten halt das Ganze richtig machen, bevor der erste Fehler passiert. Übrigens, niemand, es ist ja oft eine sehr scharfe Kommunikation, die da passiert und das auch oft nicht zu Unrecht, denn es geht ja gerade beim Thema Gleichberechtigung um Menschenrechte. Wenn sie da Fehler machen, dann ist der Ton ja oft sehr schnell sehr rau. Wenn sie Fehler einsehen und ernsthaft was tun, dann wird ihnen niemand, dann wird ihnen niemand eine zweite Chance verwehren. Wenn sie aber versuchen, mit den gleichen Dingen weiterzumachen oder noch schlimmer, sie tun so, als würden sie etwas ändern, ändern aber real nichts, dann wird es zu Problemen kommen, die dann über Jahre oder Jahrzehnte an ihrer Marke haften bleiben, wenn ihre Organisation das dann überhaupt noch weiter übersteht. Und der dritte Aspekt, mit dem sie es besser machen können bzw. auch müssen, wichtig ist, der eigene professionelle Anspruch, den man an andere hat, also zum Beispiel auch an Mitarbeitende oder an Kunden, den bitte auch selbst leben. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Nehmen wir jetzt mal an und ich mache jetzt nicht wieder Wow Culture oder Gender oder ich nehme mal ein ganz willkürliches Beispiel. Nehmen wir jetzt mal an, sie verkaufen an Kunden da draußen und die Kunden sagen plötzlich, ich möchte nur noch rote Verpackungen haben. Und zwar ohne Grund. Die Kunden möchten einfach da draußen eine rote Verpackung. Und sie haben bisher aber alle möglichen Verpackungen gehabt. Rot, gelb, grün, blau, gelber. Kunden sagen, wir möchten nur noch rote Verpackungen. Und das sind die Abnehmenden am Ende. Wissen Sie, was sie machen würden? Sie würden allen Leuten in ihrer Unternehmung sagen, der Kunde ist das Wichtigste, wir müssen uns den Realitäten stellen und wir müssen uns in einem Change-Prozess eben auch beweisen, dass wir für Wandel offen sind. Und wissen Sie, diese Sätze, die so oft gesagt werden, dann bitte doch einfach mal leben. Sie haben da draußen schlichtweg gesellschaftliche Tendenzen, die von der monokulturalen, rein patriarchalen Gesellschaft sich weit, weit weg bewegen. Und das auch sehr, sehr schnell. Und Sie merken ja, dass immer, wenn diese Verfehlungen passieren, dass das jedes Mal schlimmer wird, was an Konsequenzen passiert. Mittlerweile ist es so, ich habe es letzte Woche besprochen, dass der Geschäftsführer von KPMG in Großbritannien wegen einer Äußerung zurücktreten musste. Einfach, weil Firmen sagen, diese Äußerungen basieren auf einer gewissen Denkweise und diese Denkweise trotz aller gemachten Maßnahmen haben sich nicht geändert. Dann haben, übrigens bei 95 Prozent haben sie sich geändert, nur bei 5 Prozent nicht. Und wenn sie dann aber auf Führungsebene sind und sie gehören zu denen, die sich nicht geändert haben, dann ist ihre Position nicht mehr haltbar. Und sie wissen dann, wie das läuft. Die Leute treten natürlich öffentlich immer freiwillig zurück, weil man möchte ja auch niemandem einen Gesichtsverlust entsprechend dann verpassen. Das bringt auch nichts. Wir sind ja nicht hier, um Rache zu üben. Es geht darum, Gerechtigkeit walten zu lassen. Und dann treten Sie eben aus eigenen Stücken zurück, weil Sie wüssten, ansonsten würden Sie abberufen werden. Ganz simpel. Aber wichtig ist, dass Sie diesen eigenen professionellen Anspruch, den Sie an jede mitarbeitende Person im Unternehmen haben, dass Sie diesen Anspruch, den Sie haben, auch im Hinblick auf Kunden, Absatz und Kommunikation, bitte auch selbst leben. Ich freue mich mit Ihnen hier in die Diskussion zu gehen. Kontaktieren Sie mich jederzeit gerne. Meine E-Mail-Adresse finden Sie direkt unten in den Shownotes. Ich wünsche dann viel Erfolg bei der Implementierung in Ihrer Organisation. Ich helfe Ihnen gerne dabei. Lassen Sie uns hier gerne sprechen. Und für diese Woche vielen Dank für Ihre Zeit.